Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Staatsminister, ich glaube, es ist Zeit für eine ehrliche Zwischenbilanz in Fragen, wo steht die bayerische Kultur heute nach den ganzen Maßnahmen in Sachen Corona. Für uns ist klar, die politischen Antworten der Staatsregierung und der Regierungsfraktionen an die Kultur- und Kreativschaffenden in Bayern waren schlicht und einfach zu spät, zu gering, zu lückenhaft, zu bürokratisch und zu wenig orientiert an der Arbeits- und Lebensrealität der Kultur- und Kreativschaffenden in unserem Freistaat. Beispiel Künstlerunterstützungsprogramm. Zu spät, es gab zu lange überhaupt keine Reaktion, dann politische Ankündigungen, dann lange nichts, dann Kabinettsbeschlüsse, dann lange bis zur Eröffnung des Programms. Auch hier zu lückenhaft, viele Soloselbstständige in der Kultur- und Kreativwirtschaft waren ohnehin nicht berücksichtigt, sehr bürokratisch, was die Anrechnung von Soforthilfen etc. anbetrifft, zu gering und zu wenig an der Arbeits- und Lebenswirklichkeit orientiert, insbesondere was die Frage des Unternehmerlohns anbetrifft. Und die Konsequenz war, dieses Programm ist schlicht und einfach gefloppt und nicht angenommen worden. Zweitens, zugleich hat die Staatsregierung die Möglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen in Bayern in einer Art und Weise eingeschränkt, die weder wissenschaftlich begründet werden konnte noch irgendwie nachvollziehbar war mit Blick auf andere Lebensbereiche wie die Gastronomie oder den Luftverkehr. Das reichte vom starren Festhalten an Obergrenzen über das Ignorieren überprüfter und nachgewiesener Hygienekonzepte bis hin zur fehlenden Lernfähigkeit mit Blick auf andere Länder, die erfolgreiche Öffnungsmodelle praktiziert haben. Und drittens, auch das muss ich feststellen, in dieser Stunde wurden sinnvolle Vorschläge und Anträge der demokratischen Oppositionsfraktionen reihenweise missachtet und abgelehnt. Fast alle Punkte, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss man sich auf der Zunge jetzt ergehen lassen, die gestern im Kabinett beschlossen wurden, fordern SPD, Grüne und FDP seit Wochen und Monaten. Und es wurde von den Regierungsfraktionen in diesem Hohen Haus immer wieder abgelehnt, bis gestern das Kabinett das, was wir seit langem vorschlagen, zum Teil seit Monaten vorschlagen, beschließt. Das ist der Zustand der Kulturpolitik in der Mehrheit dieses Freistaats Bayern und in der Mehrheit dieser Regierungsfraktionen und der Staatsregierung. Das ist die ehrliche Bilanz, die wir heute ziehen müssen. Und im Ergebnis, das ist das eigentlich Schlimme, haben natürlich die Kultur und Kreativwirtschaft wie kaum ein anderer Bereich in Bayern massiv Schaden genommen. Der Kulturstaat Bayern ist zumindest mit deutlichen Schrammen versehen und die Existenz zahlloser Kultur- und Kreativschaffender unter Einrichtungen ist gefährdet worden. Jetzt ist es fünf vor zwölf für die Kultur, für viele Kulturschaffenden, auch schon später. Und wenn wir die Regierungserklärung gehört haben, dann braucht es ein Gespräch des Herrn Ministerpräsidenten mit Kulturschaffenden, um zu erkennen, wie es den Kulturschaffenden in diesem Freistaat geht. Dazu hat man eigentlich, sehr geehrter Herr Staatsminister, einen Kultur- und Wissenschaftsminister, der genau dieses permanent vermittelt und ehrlich und erkennbar mit offenem Visier für die Kulturschaffenden in diesem Freistaat kämpft. Bei aller persönlichen Wertschätzung, Herr Staatsminister, das wissen Sie auch, ein solcher Kunst- und Kulturminister hat uns in den letzten Wochen und Monaten leider gefehlt. Deswegen kamen viele Maßnahmen viel zu spät, als sie jetzt angekündigt werden. Was wichtig ist, wir brauchen heute ein Signal, ein Signal an die Kulturschaffenden. Ich glaube schon, dass es an dieser Stelle auch angebracht ist, sich dafür zu entschuldigen, zumindest ein Bedauern zum Ausdruck zu bringen. Ich hoffe, dass die Regierungsfraktionen das schaffen und dass auch die Staatsregierung das heute schafft. Entschuldigung dafür, wie die Politik in Bayern mit den Kulturschaffenden in vielen Bereichen in dieser Pandemie umgegangen ist. Ich glaube, das ist jetzt ein Signal, das auch die Kulturschaffenden erwarten und es auch ehrlich wäre, das an dieser Stelle zu sagen. Zweitens eine klare und unmissverständliche Botschaft an die Staatsregierung. Wir erwarten wenigstens jetzt, dass die Ankündigungen und Beschlüsse von gestern konsequent, schnell und umfassend umgesetzt werden. Und ich glaube auch, wir sollten uns auch als Parlament vornehmen, deutlich machen, dass die Kultureinrichtungen, die Kinos bisher sehr verantwortungsbewusst mit den Hygieneanforderungen umgegangen sind, dass sie zum Infektionsanstieg keinen Beitrag geleistet haben, dass weitere Beschränkungen auf das Zwingen der Förderlichen zu begrenzen sind. Und das sage ich ganz bewusst, nachdem neue Beschränkungen auferlegt worden sind und vor der Umsetzung der heute in Berlin auch konzentrierten Maßnahmen. Ich glaube, wir müssen uns gemeinsam darum kümmern, dass möglichst bald die Kultureinrichtungen auch wieder mit Leben erfüllt werden können. Und von dieser Stelle soll an diesem Pult auch, und ich hoffe, dass die anderen Fraktionen das auch machen, auch dieses klare, mutmachende und ermutigende Signal für die Perspektiven der Wiedereröffnung von Kulturräumen ausgehen. Heute verbinden wir mit unserem Antrag ein Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit mit den Kultur- und Kreativschaffenden, aber auch mit allen Solo-Selbstständigen, die besonders unter dieser Krise leiden, aber auch beispielsweise mit den Schaustellern und Marktkaufleuten, die auch gebeutelt sind von den Entwicklungen der letzten Tage. Wir bitten um Zustimmung zu diesem Signal und unserem Antrag und werden auch den Anträgen von CSU und Grünen zustimmen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Halbleib. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Frau Kollegin Susanne Kurz. Was bisher geschah. Mitte Mai im Küchenkabinett, Hölz an der Tisch, dran der Ministerpräsident kurz vor der Seligsprechung und eine Solo-Selbstständige. Leider ohne Dienstwagen und Büro, eine, die bisher keine Hilfe erhielt. Eine Uhr tickt. Söder legt sein Handy weg, spricht. Okay, du bekommst einen Kuchen. Sie mit Smarties. Er mit Smarties und Sahne. Mit Sahne. Ich will aber einen Kuchen mit Smarties und Sahne. Schweigen. Die Uhr tickt. Fünf vor zwölf. Er schaut zum Kleingeldglas, dann wieder genervt zur Solo-Selbstständigen, zu ihrem leeren Geldbeutel und dem leeren Kühlschrank. Endlich klopft es an der Küchentür. Er erhebt sich, geht hin, nuschelt leise was. Als er sich umdreht, hält er in der Hand einen Teller mit Smarties-Sahnekuchen. Wunderkerzen illuminieren die Szene. Da, schau, der komplett Kuchen. Toll, oder? Da musst du dich jetzt aber freuen. Oh ja, toll, ich freue mich. Er wendet sich zum Publikum, das sich im Dunkel der riesigen Halle verliert. Die Wunderkerzen glitzern in seinen Augen. Dann freut euch alle mit und findet mich ganz toll. Der Ministerpräsident strahlt. Alle machen mit und klatschen im Takt. Wegen Infektionsgefahr sinkt aber niemand. Die Anwesenden dürfen den Kuchen anschauen und es gibt ein ganz kleines Stückchen davon, aber nur für Künstler. Hernach wird der große Rest 120 Millionen von 140 Millionen Stücken von Technikerinnen in Kurzarbeit weggetragen. Die Solo-Selbstständige allein am Tisch. Die Uhr tickt. Sie weint und schimpft monatelang, dass sie den versprochenen Kuchen will. Wie in Baden-Württemberg. Die Uhr hat aufzuticken. Der Kuckuck rüft zwölfmal. Das Warten auf Godot und die Staatskanzler hat ein Ende. Die Küchentür springt auf. Hereintritt der Ministerpräsident. Und der Gebene schieben diesmal einen gigantischen Wagen mit einem noch größeren Kuchen als beim letzten Mal rein. Diesmal hat er 370 Millionen Stücke. Ein softer, sahniger, sagenhafter Dauerkuchen, der den Hunger stillt bis zum Ende der Pandemie wie in Baden-Württemberg. So die himmlische Oftstimme. Denn der Ministerpräsident, er strahlt nur noch, schweigend über seine Güte, schwebt über den fast leeren Saal den Himmel. Demütig ab die Untergebenen. Keiner traut sich an den Wagen mit dem riesen Kuchen heran. Die Uhr ist stehen geblieben. Stille liegt sich über alles. Endlich kommt eine Stimme aus dem Soufflierkasten. Und wie viele Stücke davon dürfen jetzt eigentlich gegessen werden? Und wann dürfen wir essen? Und sollen wir eigentlich lieber nur klatschen und den Ministerpräsidenten für seinen tollen Kuchen bewundern und ewig dankbar sein? Dürfen denn auch die Schausteller, die Gästeführerinnen, die Coaches, die Messebauleute und die Yogalehrerinnen mal probieren wenigstens? Und was ist eigentlich mit den 120 Millionen Stück, die noch vom letzten Kuchen übrig sind hinter der Bühne? Dürfen wir die auch noch aufessen? Der Vorhang fällt. Die Stimme murmelt weiter fragend vor sich hin. Söder sitzt auf seiner Wolke und behauptet, sein Platz sei in Bayern. Die Gäste gingen beeindruckt nach Hause. Ein Abend im Theater. Das war mal wieder schön. Basierend auf einer wahren Geschichte, muss man leider sagen. Zuerst 140 Millionen Hilfe versprochen, davon nicht mal 20 Millionen ausgezahlt. Jetzt steht die gigantische Summe von 370 Millionen im Raum. Und noch immer wird nicht allen geholfen. Seit April predigen wir, die gesamten demokratischen Fraktionen hier aus der Opposition, dass alle Leidtragenden Hilfe brauchen. Alle Solo-Selbstständigen aller Branchen. Not fragt nicht, in welcher Branche du arbeitest. Am 14. Mai twitterte der Ministerpräsident Direkthilfen für Techniker. Eine Nuftnummer. Von wegen Baden-Württemberg. Der CSU-Nachzieher entlarvt. Das soll mal lieber der Bund machen. Bayerische Hilfe. Wieder nur leere Versprechungen. Wieder nur ein Marketing-Gag. Wie viel wird von den 370 Millionen bei den Menschen ankommen? Geben Sie sich bitte einen Ruck. Helfen Sie allen Solo-Selbstständigen hier in Bayern, weil es Sinn macht. Seien Sie solidarisch und hören Sie auf, Leidtragende gegeneinander auszuspielen. Dem SPD-Antrag stimmen wir zu. Lassen Sie sich von Ihrem Gerechtigkeitssinn leiten und stimmen Sie bitte auch unserem Antrag zu. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Frau Kollegin Kurz. Für die CSU-Fraktion hat das Wort Herr Kollege Robert Brannekämper. Herr Präsident, Herr Staatsminister, liebe Kollege Kurz, ich weiß nicht, was dieses fragwürdige Kabarett zweifelhafte künstlerische Qualität jetzt gerade sollte. Das hat mich eher am Kaspar-Theater erinnert. Lieber Volkmar Halbleib, die Rede von dir, die du jetzt gerade gehalten hast, hat leider wenig mit dem Antrag zu tun, den ihr eigentlich dazu gestellt habt. Ich weiß nicht, der war noch scheinbar in der Schublade gelegen und hat dir gestellt, um dann einfach was sagen zu können und heute oder hier zu stellen, unabhängig davon, was das Kabinett gestern beschlossen hat. Der Freistaat hat diese Krise wirklich glänzend durchgestanden und glänzend bewältigt. Ja, schauen Sie doch bitte mal die Zahlen an, schauen Sie, liebe Kollegen, es ist wirklich, das hat ja der Kollege vorhin gerade gesagt, schauen Sie sich die Zahlen, reden Sie mit den Kollegen aus Frankreich, reden Sie mit den Kollegen aus Großbritannien, schauen Sie, was da los ist, schauen Sie nach den USA und dann reden wir weiter. Eine Einstellung darf ich machen. Das Kulturprogramm, da muss man sagen, gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. Da muss ich sagen, da hatten wir, obwohl im Mai gestartet, hatten wir vielleicht auch aufgrund der Kunstszene natürlich, lieber Volkmar, die halt auch ihre eigenen Gesetze hat, hatten wir einfach Anlaufschwierigkeiten. Der Minister hat es jetzt erkannt und ich bin ihm sehr froh, dass er jetzt einen Beirat einrichtet, der sozusagen als Transmissionsriemen in die Szene da ist. Dass Leute da sind, die sagen, wie soll ich den Antrag beantworten oder wie ist das zu verstehen, so dass die Künstler nicht sagen, es ist ganz schwierig, ich klappe ihn wieder zu und versuche mir selber zu helfen, sondern dass wir hier Hilfestellung geben. Das ist ein großartiger Vorschlag. Und eins muss man schon sagen, liebe Kollegen, kurz, wenn man wirklich auf die Zahl der anderen Länder blickt, dann muss man sagen, ist das bayerische Programm sensationell. Schaut es doch mal bitte, Schleswig-Holstein, zwei Millionen, zwei Millionen, Bremen, 0,5 Millionen, Niedersachsen einmalig 2.000 Euro, die Baden-Württemberger 500 Millionen, aber da sind alle dabei, die im kompletten Selbstständigenbereich dabei sind, auch in der Wirtschaft. Wir jetzt 370 Millionen nur für die Kunst. Also wirklich, das sind Werte, die Sie sehen lassen können. Saarland zahlt 3.000 Euro einmalig, Brandenburg 1.000, ja, und Mecklenburg-Vorpommern, Bilanzvolumen 3 Millionen, einmal 2.000 Euro möglich, Sachsen 2.000 Euro, also zweimal 1.000 Euro pro Monat und Sachsen-Anhalt 400 Euro für jeweils zwei Monate, also 800 Euro insgesamt. Kein Land, und das war jetzt diese 3-Monats-Regelung, ich gebe dir recht, folgt mal, das hätte man vielleicht, wir haben es ja auch versucht nachzusteuern. Und es immer wieder, die Beamten haben sich Mühe gegeben, das hinzukriegen. Es war jetzt vernünftig zu sagen, wir machen den Cut, es ist keine Akzeptanz draußen dieses Programms, es ist irgendwas richtig, dass der Ministerpräsident hier sagte, noch mal neu aufsetzen, das wird jetzt gemacht. Ab sozusagen dieser Tage ist man dabei in der Umsetzung, es muss jetzt noch mal ein Online-Tool her, der Freistaat wird hier jetzt die richtigen Schwerpunkte nehmen, wir nehmen das immer wieder geforderte Solo-Selbstständigenprogramm der CDU-Ministerin aus Baden-Württemberg. Das ist jetzt sozusagen das, was alle gelobt haben, das kommt jetzt auch. Wir haben das Stipendienprogramm für junge Künstler, das ist gemacht worden, 5.000 Euro für 5.000 Leute. Wir unterstützen damit die Berufseinsteiger. Ihr wolltet das aber jetzt wieder für alle ausdehnen. Ja gut, das ist jetzt schon ein kleiner Unterschied, lieber Volkmar. Weil der Punkt ist nicht der, dass wir sagen müssen, ja, wenn ich es für alle mache, dann ist ja die Frage, wer bearbeitet das. Und dann sind wir wieder da, dass es bei den Regierungen landet. Und dann muss ich Stäbe zusammenziehen bei den Regierungen, dann sind es vielleicht nicht mehr Leute aus der Kunstszene, die es machen können. Bei 5.000 Anträgen geht es vielleicht noch. Aber wenn es 20.000 Anträge sind, dann ist halt auch da der Oberinspektor, wunderbarer Mann für die Wasserwirtschaft. Wir haben mit viel über Wasser geredet. Der soll dann entscheiden, ob das ein gutes Kunstprogramm ist oder ein schlechtes Kunstprogramm, Stipendium ist. Das macht wohl wenig Sinn. Für 5.000 ist es in Ordnung auch bewältigbar. Und jetzt haben wir noch die Verlängerung der Spielstätten, aufstocken, stocken, Kinos dabei, sodass wir, glaube ich, jetzt ein rundum gutes Paket haben. Das ist jetzt, glaube ich, hier die wichtigsten Punkte abdecken. Und natürlich, Frau Kollegin Kurz, das ist natürlich eigentlich Bundesaufgabe, die wir hier machen sollten. Da ist der Bund zuständig. Das ist völlig richtig. Also zum Grundansatz muss ich sagen, der Opposition leider der falsche Antrag. Der hat nicht zur Rede gepasst, lieber Volkmar. Wir sind der Meinung, dass wir hier wichtige Impulse jetzt für den Kulturstaat Bayern machen. Das ist ein Verfassungsrang. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir jetzt liefern müssen. Das ist unstreitig. Aber dass alles gefloppt sei, ist jetzt auch wieder etwas falsch. Wir hatten 8.000 Leute, haben die Anträge in Anspruch genommen. Es sind 86 Spielstätten. Und 1296 Vereine haben davon profitiert. Das muss man einfach zur Kenntnis leben, lieber Volkmar. Und kann nicht sagen, es wurde hier, wie es in eurem Antrag steht, heißt es da drin, es wurde nicht geholfen. Man hat die Künstler völlig alleingelassen in der Corona-Krise. Das ist einfach grundfalsch. Tut mir leid. Ja, und deswegen kann man sagen, wir steuern nach, wir korrigieren. Aber was die Opposition heute uns vorhält, nach dem Motto, es sei alles, man hätte die Künstler allein in der Corona-Krise absaufen lassen, ist nichts anderes als reiner Populismus und hat mit der Wirklichkeit draußen nichts zu tun. Der Minister hat jetzt ein neues Konzept und ich erwarte mir von dem, dass es schnell, zügig umgesetzt wird. Und deswegen, glaube ich, wird es ein großer Erfolg werden. Es ist finanziell gut ausgestattet. Es wird jetzt IT-mäßig auf den Weg gebracht. Und ich gehe davon aus, dass, wenn wir das im November am Laufen haben werden, Bernd, dann gehe ich davon aus, dass nicht rückwirkend ab Oktober dann diese Mittel auch fließen können, rückwirkend. Und dann, glaube ich, sind wir gut beraten. Und wir werden diese Krise mit der Kunst gemeinsam meistern. Vielen Dank. Es liegen zwei Zwischenbemerkungen vor. Die erste Meldung kommt von Frau Kollegin Kurz von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank. Alle dabei in den anderen Ländern. Die CDU reagiert, die CSU reagiert ja im Bund mit. Wann bekommen denn endlich alle Soloselbstständigen was? Denn in Baden-Württemberg sind ja sehr wirklich alle dabei und alle kriegen was. Dann die Zahlen, das würde mich interessieren, die Zahlen anschauen. Da würde ich bitten, mal an die Schweiz und nach Norwegen zu blicken. Da wurden nämlich Entschädigungen in Höhe des Kurzarbeitergeldes ausgezahlt, basierend auf den letzten drei Jahresumsätzen. Und last not least bitte ich den Vorsitzenden des Kunstausschusses des Bayerischen Landtags zur Kenntnis zu nehmen, dass Kaschballtheater Puppenspiel- oder Figurentheater heißt und Kunst ist. Aber ich würde mich über die Antworten auf meine zwei Fragen freuen. Danke. Also, liebe Kollege, man sollte wirklich bei den deutschen Ländern bleiben und nicht immer sich in der Landtagswurfen, die Schweiz oder jetzt... Ich habe die Nachbarländer genommen von Baden-Württemberg und ich komme jetzt mit... Ja, also wir reden von den Bundesländern. Die Schweiz ist nicht Bundesland. Ja, okay. Also, ich glaube, da braucht man nichts dazu sagen. Und wenn es... Selbst, liebe Kollegin, der Kollege Habeck fordert es ja heute, dass endlich diese Forderung des Bundes, dass der Bund hier einsteigen muss. Reden Sie mit dem Kollegen Habeck, der ist da weiter wie Sie. Vielen Dank. Und die Zwischenbemerkung von Herrn Kollegen Halbleib von der SPD-Fraktion. Ja, lieber Kollege Brannekämper, also zum einen unterstützen wir natürlich im Interesse der Kulturschaffenden, dass die Staatsregierung nach sieben Monaten endlich ein Programm auf den Weg bringen will, Krafterklärung, Kabinett, das auch funktioniert. Und dass wir da gemeinsam Interesse haben, dass das tatsächlich funktioniert. Trotzdem muss man sagen, es kommt nach sieben Monaten und es wird in Bereichen korrigiert, die wir von Anfang an kritisiert haben und gegen permanente Ablehnung der Regierungsfraktion, auch des Ausschussvorsitzenden Brannekämper, permanent gesagt haben, dass das so nicht funktionieren kann. Im Übrigen auch, was das Hilfsprogramm anbetrifft. Waren wir schon vor der Sommerpause so weit, dass das klar war, dass das so nicht funktioniert. Und unsere Kritik war, dass man die berechtigten Anliegen, im Übrigen auch im Stipendienprogramm, da hätte man auch durchaus sagen können, der Antrag ist berechtigt, vielleicht können wir mit reduziertem Volumen besser durchkommen, aber es ist einfach schlicht und einfach abgelehnt worden. Und das sind gute Vorschläge, permanent auf den Tisch gelegt worden, diskutiert worden und jetzt nach sieben Monaten Pandemie, ich hoffe, dass es funktioniert, das ist unser inständiges Interesse, nur dass man da kritisiert, dass vieles nicht funktioniert hat. Das ist, glaube ich, berechtigt. Man soll sich ehrlich machen in dieser Debatte. Das erwarten auch die Kulturschaffenden draußen. Geschwister Kollege Heilblepp, also jetzt so zu tun, als wäre es ein totaler Flop, ist nicht falsch. Also es sind 20 Millionen fast geflossen. Das ist mehr, als die meisten Länder gezahlt haben insgesamt. Also zu sagen jetzt, das ist völlig gefloppt, ist also wirklich ein bisschen weit hergeholt. Und wir können nicht immer nur den Antrag behandeln, den ihr am Tisch legt. Und im Antrag steht, wir machen ein Stipendienprogramm und ihr hättet jetzt 80 Millionen rausgeblasen mit dem Stipendienprogramm. Und wir haben gesagt, das ist nicht verantwortungsbar, aber die Krise geht weiter. Was machen wir im Herbst und was machen wir im Frühjahr nächsten Jahres? Und lieber zahle ich den Leuten jetzt die 11,80, wie einmal 7.000. Und dann reden wir, was machen wir im Januar und Februar mit den Leuten? Weil ich befürchte, so wie die Zahlen durch die Decke gehen, muss ich jetzt offen sagen, ich habe das vielleicht für Ende November, Anfang Dezember vermutet, nicht schon Mitte Oktober. Deswegen muss ich sagen, ist es richtig gewesen, wie wir es jetzt gemacht haben. Auf einmal 80 Millionen rauszuballern, nach dem Motto Geld ist da und wir kümmern uns nicht um Finanzen, da tut sich die Opposition leicht. Vielen Dank. Verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrter Kollege Singer, Freiheit bedeutet Handeln und bedeutet nicht diese Richtung, die wo Sie einschlagen. Denn die Pandemie hat zweifelsohne drastische Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Und wir sehen, wie betroffen Künstlerinnen und Künstler davon sind. Die Inzidenzzahlen steigen. Damit ist zu rechnen, dass der Kulturbetrieb nicht nur bis Jahresende, sondern auch im kommenden Jahr noch greifen wird. Je länger die Corona-Krise und ihre Folgen andauern, umso umfangreicher werden Kultur- und Kreativwirtschaft mit Stillstand beziehungsweise auch Einschränkungen beeinträchtigt sein. Und das bedeutet, großes finanzielles Engagement das hier zu leisten ist. Dahingehend wird seitens der Staatsregierung aufbauend auf den Erfahrungen aus den bestehenden, aber auch auslaufenden Hilfsprogrammen. Und da wird nachjustiert. Eine Gesamtstrategie für ein Kulturstabilisierungsprogramm für das Jahr 2021, aber auch 2021 auf den Weg gebracht. Das schwerpunktmäßig in sieben Punkten gefasst ist und setzt auch damit ein deutliches und klares Signal für die Zukunft. Kollege Brannenkemper hat es ausgeführt. Sieben Punkte. Solo-Selbstständigenprogramm für Künstlerinnen und Künstler zum Ersatz des Unternehmerlohns, bis der Unternehmerlohn bei der Überbrückungshilfe Berücksichtigung findet. Erweiterung des Spielstättenprogramms auf dezentrale Kulturveranstalter ohne eigene Spielstätte, sowie auch eine Verlängerung des Programms. Verlängerung des Hilfsprogramms für die Leihenmusik. Verlängerung des Kino- und Unterstützungsprogramms. Weitere Stabilisierung von nichtstaatlichen Kultureinrichtungen. Stabilisierung der staatlichen Kultureinrichtungen bis hin zu Stipendienprogrammen zur Unterstützung von Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen. Die Einführung eines aus Landesmittel finanzierten generellen Unternehmerlohns jenseits des Landesprogramms, das für Solo selbstständige Programm für Künstlerinnen und Künstler dient, zum Einsatz des Unternehmenslots, der rückwirkend von Beginn der Krise angelten soll, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geboten. Allerdings gibt es konkrete Überlegungen seitens des Bundes, haben wir auch gehört, im Rahmen der Verlängerung der Überbrückungshilfen bis Mitte 2021 Überbrückungshilfe 3 auf einen fiktiven Unternehmerlohn zu erstatten. Die Staatsregierung wird das auch massiv und nachhaltig unterstützen. Vor diesem Hintergrund wäre es auch zu diesem Zeitpunkt verfrüht, jetzt schon ein eigenes Landesprogramm für einen generellen Unternehmerlohn aufzusetzen. Wir alle fordern nun eine zeitnahe Umsetzung der aufgezeigten Programme, um die Kulturlandschaft und Kulturschaffenden in dieser äußerst angespannten Situation auf diesen schwierigen Weg zu unterstützen und auch nachhaltig zu begleiten. Den Antrag der SPD und der Grünen lehnen wir ab, den eigenen Antrag von CSUM Freie Wähler stimmen wir natürlich zu. Ich danke Ihnen. Bitte bleiben Sie noch am Mikrofon. Herr Eibel, bitte bleiben Sie noch am Mikrofon. Es gibt eine Zwischenbemerkung von Herrn Kollegen Christian Zwanziger von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Herr Kollege Eibel, ich erkenne es ja gar nicht wieder. Vor zwei Wochen im Wirtschaftsausschuss haben Sie ja flammend uns erklärt, warum so ein Programm gar nicht geht, warum das nicht möglich ist, warum es auch nicht sinnvoll ist. Es freut mich ja, dass jetzt zumindest für Künstlerinnen und Künstler so ein Programm jetzt begrüßen. Jetzt frage ich Sie aber schon, wo unterscheiden sich denn Soloselbstständige aus dem Kunstbereich von Soloselbstständigen zum Beispiel aus dem Tourismus, Gästeführerinnen und Gästeführer oder auch aus anderen Bereichen? Wo unterscheiden die sich denn in der Betroffenheit und Sie haben jetzt mehrfach gesagt, es wäre verfrüht. Die Forderung und die Sorge, dass man eben keine Kurzarbeit machen kann, dass man kein Betriebskostengeld machen, die sind ja nicht neu, die sind ja seit spätestens April, Mai im Raum. Wann ist denn nicht früh genug, damit Sie das als Notwendigkeit sehen haben, zu handeln? Ich habe Ihnen auch damals ganz klar gesagt, es gibt genau für diesen Bereich Sozialgesetzbuch 2. Dort sind Möglichkeiten mit vereinfachten Zugang geschaffen. Dort gibt es die Situation, dass durch erweiterte Grundsicherung können Lebensunterhalt und Unterkunft in der Krise trotz Verdienstausfall gesichert werden. Auch ich hatte zahlreiche Telefonate mit Soloselbstständigen. Auch ich habe Sie gefragt, Sie wohnen in München, was zahlen Sie Miete? Und dahingehend war jeder dahingehend so weit befriedigt, dass er gesagt hat, okay, dann nutzen wir diese Lösung. Und nun schauen wir, was der Bund hier bewerkstelligt. Wir werden das nachhaltig unterstützen und wir werden auch hier zum Erfolg kommen. Danke. Vielen Dank, Herr Eibel. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion Herr Kollege Dr. Wolfgang Heubisch. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Corona hat die Kultur in Bayern ganz besonders getroffen. Die bayerische Staatsregierung hat zu spät, zu kompliziert und an den Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Kultur- und Kreativschaffenden vorbei agiert. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, verehrte Damen und Herren, hier wurde ein Programm aufgelegt, das es den Antragsberechtigten extra schwer machen sollte. Und man muss der Staatsregierung vorhalten, dass sie desinteressiert und mit wenig Sachkenntnis und vor allem mit wenig Empathie und Verständnis an die Kulturschaffenden herangetreten ist. Und diese Entscheidungen, die heute Nachmittag in Berlin getroffen wurden, die werden wir hoffentlich am Freitag auch diskutieren und dann werden wir die auch im Parlament hier, davon gehe ich jedenfalls aus, auch entscheiden. Ich sage nochmal, in unserer bayerischen Verfassung ist verankert, dass wir ein Kulturstaat sind. Übrigens, es gibt auch eine Wirtshauskultur in Bayern, nicht nur eine der klassischen kulturellen Spielstätten. Muss es nicht oberste Aufgabe einer Staatsregierung sein, in Zeiten der Krise dafür zu sorgen, dass sie die Infrastrukturen und eben auch die kulturellen Infrastrukturen nicht wegbrechen lässt? Tatsache ist, dass in vielen Fällen die Hilfen viel zu spät gekommen sind oder gar nicht angekommen sind. Wie groß, verehrte Damen und Herren, mittlerweile die Gräben zwischen der bayerischen Kulturszene und der Staatsregierung sind, wurde bei der Demonstration am Samstag Aufstehen für die Kultur mehr als deutlich. Bernd Siebler, Herr Minister, du warst ja auch mit dabei. Herzlichen Dank dafür, da konntest du dir einen deutlichen Eindruck auch verschaffen. Nur auf massiven Druck der Opposition und der Kreativen in Bayern kommen Sie jetzt endlich, die neuen, nachjustierten Hilfsmaßnahmen, die wir rundweg begrüßen. Vielen Dank an die SPD, dass ihr diesen Antrag noch mal aufgenommen habt. Wir können dem natürlich voll und ganz zustimmen. Ja, unsere Kultureinrichtungen haben nämlich ihre Hausaufgaben gemacht und die Hygienekonzepte erprobt. Und ich frage mich schon, hat die Staatsregierung, hat da ein Ministerium, lieber Bernd, eigentlich mal bei der Staatsoper nachgefragt, bei den Ärzten in rechts der Isar nachgefragt, wie sie die Maßnahmen der Bayerischen Staatsoper begleitet haben? Das muss doch eine Steilvorlage sein für jeden Kunstminister, dass er hier entsprechend auch im Kabinett auftritt und die Lanze für die Kultur bricht. Mit professionellen Gästemanagement, Schnelltests, intelligenten Besucherleitsystemen und einem Online-Ticketsystem, das die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten sowie Partyhopping ausschließen kann, wirken sie spontan und illegalen Hotspots entgegnen. Und ich bin überzeugt, verehrter Herr Minister, dass Sie nach den Entscheidungen heute Nachmittag, die ja abzusehen waren irgendwo, dass Sie bereits ein Konzept haben, wie alle unsere Kulturstätten die nächsten 14 Tage oder vier Wochen, das ist mir noch nicht ganz klar, überstehen werden. Ich möchte jetzt hier, und du wirst ja sicher anschließend noch reden, mal wissen, was hast du vor in diesen Wochen des totalen Lockdowns jedenfalls für die Kultureinrichtungen. Ich habe schon gesagt, dass wir mit faktenbasierten Maßnahmen die Akzeptanz in der Bevölkerung auch heben werden. Dem SPD-Antrag werden wir zustimmen. Bei den Grünen muss ich sagen, dieser Wirtschaftsantrag ist uns zu wenig. Konkret, wo ist der Übergang mit Kurzarbeit zu Geld und so weiter. Wir werden uns dem enthalten. Und bei der CSU, also da habe ich jetzt wirklich gelacht, zum Abschluss. ist, dass einen Tag oder sind es zwei Tage, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, dass man einen Antrag einbringt, in dem man die eigene Regierung wieder mal auffordert, sie möchte doch das Paket so effizient und zügig wie möglich auf den Weg bringen, damit den Betroffenen wirksam geholfen werden kann. Ihr habt auch Angst, so wie die wir immer nur ankündigen und ganz, ganz restriktiv umsetzen. Darauf ich verstehe den Antrag von euch, von beiden Fraktionen und darum stimmen wir dem auch zu, denn wir wollen, dass das auch passiert. Danke. Applaus Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Heubisch. Für die Staatsregierung hat das Wort Herr Staatsminister Bernd Siebler. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erst mal bin ich sehr froh, dass ich persönlich heute da sein kann, weil ich heute den ganzen Tag in Berlin war, vorneweg, weil wir die Verwaltungsvereinbarung zur Sanierung des Deutschen Museums unterschreiben konnten, eine wichtige kulturpolitische Leistung und leider nicht erfolgreich waren wir bei der Einwerbung Nürnbergs als Europäische Kultur Hauptstadt 2025. Ich hatte aber dann auch Gelegenheit, die große Demonstration in Berlin auch kurz wahrnehmen zu dürfen, Aufstimmen für Kultur, Alarmstufe Rot und die Hauptforderung war die Einführung eines fiktiven Unternehmerlohnes und ich habe dann heute für mich feststellen dürfen, Gott sei Dank haben wir das in Bayern gestern beschlossen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und nicht nur das, wir haben es gehört, ein eigenes Stipendienprogramm, 5000 Euro, ab 1. Januar wird es losgehen, wir werden das erfolgreiche Spielstättenprogramm zur Erhaltung der Struktur weiter ausbeiten für die Anbieterinnen und Anbieter, die keine eigenen Bühnen haben, die gerade damit im ländlichen Raum eine hohe Bedeutung haben, wir werden die Laienmusik weiter stärken, wir werden das Kino unterstützen, Kollegin Gerlach, und wir werden hier vieles tun, was dringend und wendig und angezeigt ist. Und wenn ich mir das jetzt in der Bilanz der 16 Länder so anschaue, die müssen wir heranziehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann machen alle irgendetwas von diesen Programmen, aber nur Bayern macht das alles zusammen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich denke, das ist ein wichtiges kulturpolitisches Signal, weil wir hier den Aufschlag haben und wenn man hier bisher den Programmen so zerredet, dann will ich schon darauf hinweisen, 8000 Menschen haben wir geholfen, 20 Millionen. Man möge in die anderen Länder schauen, da kommen die meisten nicht ansatzweise so weit hin. Wir haben 150 Spielstätten, jetzt unterstützt schon, 80 Anträge sind ausbezahlt, 70 sind in der Pipeline. Wir haben die Laienmusik unterstützt und wir haben 800 Projekte, zum Beispiel die europäischen Wochen, die durchgeführt worden sind, mit 150 Millionen Euro unterstützt. Wir haben so getan, als würde alles in Corona- und Pandemiezeiten so durchgeführt, wie es halt durchgeführt hätte werden sollen. Den Kulturfonds zahlen wir aus, wir unterstützen die Leute, um Strukturen zu erhalten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lieber Kollege Halbleit, den Eindruck zur Wettnung, es hätte man sieben Monate gar nichts zu tun, ist unredlich und ist falsch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden morgen um neun die erste Videokonferenz haben mit dem Begleitausschuss, wo viele Menschen, die letzte Woche am Samstag bei der beeindruckenden Demo Robert Brannekämper, du warst ja auch da, auch diese Dinge an uns herangetragen haben. Da darf ich Ihnen heute mal ein kleines Mail, das mich heute erreicht hat, mit Vorlesen. Sehr geehrter Herr Minister Siebler, wir haben großen Respekt davor, dass Sie Ihre Zusagen vom Samstag eingehalten haben und nun die Hilfe für die Soloselbstständigen kommt. Sie haben damit unzähligen Menschen das Leben gerettet und wir möchten Ihnen dafür auch im Namen der ganzen Initiative Aufstehen für Kultur von Herzen danken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das tut zwischendlich auch mal ganz gut, wir haben uns heftig angestrengt und wir sehen, dass wir zu einem guten Dialog mit der Szene stehen. Ich möchte auch darauf hinweisen, gerade an den ehemaligen Kunstminister, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte des Kunstministeriums das Referat oder die tätigkeitsfreie Szene neu auch eingeführt haben. Wir haben es für alle erkennbar im Organigramm des Ministeriums verankert und setzen damit das Zeichen, dass wir hier einen strukturierten und organisierten Dialog haben, weil wir auch mit großer Sorge, muss ich für mich sagen, feststellen müssen, dass eben bisher vor allem die staatlich geförderte Kultur im Mittelpunkt stand, auch ja Honorarausfallordnungen haben wir auch noch mitgemacht, auch hingewiesen. Und das hätte man, lieber Wolfgang, auch in deiner Zeit schon alles institutionalisieren können. Den Vorwurf musst du dir immer wieder mal mitgeben lassen und wir werden das jetzt auch strukturiert und intensiv auf den Weg bringen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als Vorsitzender der Kulturministerkonferenz auf Bundesebene habe ich in den letzten Tagen für alle 16 Länderminister einen Brief von Bundesminister Altmaier auf den Weg gebracht, wo wir ab 1. Januar dann die Unterstützung aus den Bundesmitteln mit erhoffen. Sollte das nicht kommen, haben wir, lieber Florian Herrmann, bei den Beschlüssen gestern festgehalten, dass der Freistaat einsteigen wird, weil wir wissen, dass diese Dinge über den Winter hinaus auch weiter gefordert sein werden. Also auch hier Perspektive und Gott sei Dank auch Unterstützung für die Menschen, die jetzt mit dabei sind, weil wir eben auch mit den aktuellen Entwicklungen, die wir brauchen, weil halt auch die auf den Weg gebrachten Hygienemaßnahmen nicht mehr die Wirkung haben, die man sich erwünscht. Das ist das Problem, die Verfolgbarkeit von Infektionen kann so nicht mehr gewährleistet werden. Deshalb ist das leider auch ein Punkt, der wehtut. Und wir wissen alle für die Kunst- und Kulturszene, dass wir einen harten Winter vor uns haben. Deshalb müssen wir jetzt eine Perspektive bieten. Natürlich wäre es der große Wunsch, mehr zu öffnen und dem Grundanliegen der Künstlerinnen und Künstler nachzukommen, nämlich spielen zu können, ihre Kunst zu präsentieren, davon auch leben zu können. Leider wird das in den nächsten Wochen nicht möglich sein. Deshalb steigen wir als Freistaat Bayern gerade jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt am Anfang dieser Maßnahme mit ein. Und wir werden die Dinge jetzt dann beim Spielstättenprogramm Mitte November auf den Weg bringen können. Das Stipendienprogramm kommt zum 01.01.2021 und wir werden bei der Künstlerhilfe so schnell wie möglich die Software programmieren und schauen, dass das dann alles umgesetzt werden kann, weil wir alle wissen, dass es eilt, dass wir hier wirklich gefordert sind. Und wir werden mit diesem Begleitausschuss auch eine gute Kommunikation in diese Community, in diese Gesellschaft mit dazu haben. Und lieber Wolfgang Holbisch, eins muss ich dir noch mal sagen, heute ist Alexander Putz aus der FDP ausgetreten, der Oberbürgermeister von Landshut, weil er gesagt hat, dass eben so, wie es die FDP macht, das nicht adäquat ist mit dem Krisenmanagement, dass es angezeigt ist. Das unterstreicht schon, dass hier Anspruch und Wirklichkeit weiter auseinander gehen. Alexander Putz muss es vor Ort managen. Er muss es ja wissen, was draußen gefragt ist. Herzlichen Dank. Herr Staatsminister, es liegen zwei Zwischenbemerkungen vor. Die erste kommt von Frau Kollegin Susanne Kurz von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank für den Vortrag, wo wir jetzt auch noch erfahren durften, was gerade mit der FDP in Alexander Putz los ist. Mich würde viel mehr interessieren als Alexander Putz die Spielstätten. Viele Kommunen sind sehr, sehr klamm. Wir wissen, was es für die nächsten Jahre für die Kultur in diesen Kommunen heißt. Bamberg hat gerade schon verkündet, 25 Prozent Kürzung des Kulturetats. Was ist mit den kommunal geförderten Spielstätten? Was gedenkt die Staatsregierung hier zu tun? Denn auch das sind Theater hier in Bayern. Spielstätten hier in Bayern. Meine zweite Frage ist, das, was das Baden-Württemberger-Programm so sexy macht, ist, dass dort nicht unterschieden wird, ob du vorne singst oder hinten den Ton hochziehst. Wie gedenken Sie, zu unterscheiden, wie wichtig jemand für die Kunst und Kultur ist, der das Licht anmacht, der putzt, der Tickets verkauft oder der vorne eine Gitarre anspielt? Hätten Sie das Bild an der Staatsregierung gestern gelesen, würden Sie wissen, dass wir auch die Technik und die anderen Bereiche in dieses Programm mit dazunehmen werden. Art 1. Art 2. Bei der Frage nach den kommunalen Strukturen habe ich gerade jetzt die Bescheide herausgeschrieben, dass wir die Zuschüsse für die kommunalen Strukturen eher noch mal erhöhen werden und noch mal unterstützen können. Hier sind die Kommunen dann auch mit gefordert. Der Freistaat Bayern wird ja nicht kürzen und wir werden sicherlich auch darauf setzen, dass die Kommunen dieses Vorbild auch mit dazunehmen. Herzlichen Dank. Die zweite Zwischenbemerkung von Herrn Kollegen Dr. Wolfgang Heubisch, FDP. Ja, lieber Bernd, ich hatte dich gebeten, Stellung zu nehmen bezüglich der nächsten vier oder sechs Wochen, nachdem ja alles jetzt total runterfährt im Bereich der Kultur, runterfahren muss, was für Ideen du eigentlich hast, denn das kann ja nicht erst, du kannst ja hier nicht antworten, ja, das überlege ich mir jetzt dann, ich sage das bewusst ein bisschen flapsig, sondern da sind ja irgendwelche Grundzüge da, die würden mich jetzt interessieren, in der gebotenen Kürze, aber schon, damit wir eine Vorstellung haben, über was wir auch am Freitag mit diskutieren. Danke. Es ist doch vollkommen klar, wenn wir jetzt diese Hilfen am Dienstag im KMT beschlossen, haben, dass wir hier jetzt genau diese Dinge auf den Weg bringen werden und damit die Perspektive eröffnen, dass die Menschen gesichert in den schwierigen Winter gehen können. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.